Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich war in der letzten Zeit, also zwischen der letzten Aufnahme und der heutigen sozusagen, war ich sehr sehr fleißig, denn ich habe tatsächlich ein bisschen zäh Schmiere farmen können. Ich glaube das sind sogar elf Stück, ne zwölf sogar, guck mal meine Lieben. Ich habe tatsächlich am Grill alles niedergemetzelt, was ging an diesen, ja wie heißen die denn schon wieder, ich komme nie auf diesen Namen, ne. Ja, diese hier, diese Kugelkäferlarven, ne, die habe ich wirklich alle erledigt, die gingen, ne. Also das war echt harte Arbeit, aber ich habe es geschafft. Ich habe jetzt meine Zehschmiede und das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich die Minzkeule herstellen. Ach, ich brauche einen minzigen Batzen, wartet mal, den hole ich mal eben, der müsste oben sein. Ähm, ich bin mega happy und, ähm, bist du der minzige Batzen? Ja, zwei Stück brauchte ich, ne. Ach komm, nimm mal die ganzen anderen auch noch mit, falls du gleich aufwerten willst oder so, falls es gehen sollte. Jedenfalls, ähm, habe ich mir überlegt, die, die, die Minzkeule zuerst zu machen. Und, ähm, wenn es um den salzigen Morgenstern geht, den ich ja auch zeitnah haben möchte, dann machen wir das auf jeden Fall zusammen, dann werden wir zusammen diese ganzen, ähm, Larven töten, ja. So, ähm, ich stelle jetzt auf jeden Fall die Minzkeule her. Ja, Mann. Oh, schön, ich freue mich. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich freue mich so sehr. Ja, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Nein, das ist die falsche. Da ist sie, meine Lieben. Da ist sie. Ah, wartet mal. Wartet mal. Das, das, das muss man doch gesehen haben. Da ist meine Minzkeule. Okay, super. Sehr schön. Ähm, genau. Kann ich die jetzt aufwerten eventuell? Das wäre echt cool. Ja, mit sprühen Schleifsteinen. Wunderbar. Das machen wir jetzt. Moment. Sprühe da Schleifsteinen. Wir brauchen den sprühen Schleifsteinen. Ähm. Ja. Stellen wir den mal so einfach her. Ach komm, wir machen mal hier. Ich hab genug. So. Ich hab bloß bald kein Saft mehr. Ha. Okay. Ähm. Auswählen. So. Aufwerten. Oh, jetzt geht's um den mächtigen Klumpen. Mächtiger Klumpen. Mächtiger Klumpen. Hab ich die vielleicht um? Fünf waren das, ja? Ich hab nur drei. Wartet mal. Kann ich die dann jetzt? Moment. Kann ich die denn jetzt? Ich komm hier immer noch nicht mit diesen Aufleveln. Klar, irgendwie. Kann ich denn jetzt den mächtigen Klumpen? Moment. Nee, der ist ja mit einem robusten Schleifstein zu machen, ne? Wartet. Hab ich robuste Schleifsteine? Äh, robuste Quazit-Scherm. Nee. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das ist nicht gut, ne? Ich muss unbedingt, ich muss unbedingt auch diesen Nashornkäfer, äh, Hammer haben. Wisst ihr, was ich meine? Na gut. So sei es. So, kann ich mir denn jetzt noch ein bisschen, äh, ein paar Smoothies machen? Diese Öko-Power, die reichen eigentlich völlig aus. Mal gucken. So, Öko-Power. Ja, ein paar kann ich. Zwei. Vier. So, hab ich jetzt zehn gemacht, oder? Ja. Ich habe zehn gemacht, sehr gut. So, okay. Zehn Öko-Power habe ich gemacht, wunderbar. Ähm. Genau. So sieht's aus. At least it's clean. Dann trinken wir jetzt noch was. Hast du noch irgendwas zu essen? Ja, du hast deine, du hast deine, du hast deine Dingens, Eichelbrocken. Okay, ähm, dann würde ich mich jetzt versuchen, mal tatsächlich an, an der Rollspinne zu, äh, zu wagen. Ja. Mal gucken. Denn ich möchte auch ganz gerne die Giftresistenz haben. Oh, ich weiß, ich, 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 ich weiß. Oh Mann. Oh, das ist so übel. Aber irgendwie muss ich ja auch essen. So, drei müssen jetzt erstmal reichen. Drei müssen reichen. Okay, so, pass mal auf. Jetzt springe ich hier rauf. Nehme mir auch gleich ein bisschen Saft wieder mit. So, ach, den da habe ich. Okay. Den einen da jedenfalls. Okay. Also. Das kannst du mal wegmachen. So, jetzt nimmst du dir die, das Ameisenlöwen-Großschwert. Ach so, genau. Ich wollte jetzt mal gucken. Pack das mal runter. Warum? Ist egal. Ich, ich frage lieber nicht mehr. Ähm, hab ich denn... Wartet mal, was habe ich denn jetzt an, an Dingens? Hacker. Nein, den brauche ich nicht. Gras, Aquar, Kieselbeißer, Ameisen, saftig. Naturkunde, Meerjungtin, Haucherlunge. So, ich habe gupte Gras drin. Ich habe frische Verteidigung drin. Ich habe scharfe Abwehr nicht drin. Vielleicht sollte ich mal die wegmachen. Und die dafür rein. Trüffel, rüffel. Schockierende Abweisung. Wutanfälle wären zu heftigen Vergeltungsmaßnahmen. Geblockte Angriffe wandeln ihrer Energie in statische Elektrizität um und lösen gelingt sich einen starken Ausbruch aus. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt was bringen würde, denn ich brauche ja die Giftresistenz. Die hier. Die erste Stufe von drei. So. Dann würde ich tatsächlich nochmal... Ne, wartet. Ich weiß ja, wenn ich da oben bin. Moment, es gibt doch die Wolfspinde. Die eine nur. Die eine einzige, die da immer hinten schläft. Wartet mal. Ich gehe mal da hin. Wisst ihr da, wo auch der Zahn, glaube ich, liegt, ne? Lass mich durch. Ich sollte jetzt nicht mehr so rennen. Da, die hier meine ich. Okay, pass auf. So, jetzt werde ich erst mal speichern. Ich werde jetzt immer speichern vor so einem großen Kampf auf jeden Fall. Ah. Ja. Mir fällt... Die mögen doch kein Feuer, ne? Also kein Schaf. War das so? Oh, ich bin so dermaßen übelst nervös. Wo ist denn jetzt die Spinne? Nein, das ist wieder die falsche Spinne. Nein. Die hier. Hacken, schützen, scharf. Ja. Okay. Dann würde ich mal sagen... Los geht's. Nicht rennen, Fran, nee, nicht rennen. Ey, Leute, es ist scheiße klappen. Ähm, ja. Was willst du denn jetzt von mir? Hä? Aua. Nimm dir mal hier das hier noch. I think I'm hungry. Okay. Genau. Leute, es hat geklappt. Ach so, das wollte ich eigentlich auch essen. Oh, wie nice. Wie nice. Ich habe zweimal Gift bekommen, einmal Spinnenzangen sogar. Also Spinnenfangzähne. Soll ich euch mal was sagen? Mir kann jetzt keiner Fliegewasserleide tun. Auf dich habe ich aber jetzt keinen Bock. Geh mal. Okay. Das hat wunderbar funktioniert. Ich bin dermaßen stolz auf mich. Aber ich habe jetzt nicht zufällig die zweite bekommen, oder? Es würde auch ziemlich schnell gehen, glaube ich. Ne, eins von drei. Okay, wie viel habe ich denn jetzt schon getötet? Meine zweite, meine Lieben. Meine zweite Spinne. Okay, wovor ich aber tatsächlich richtig Angst habe, ist, habe ich... Komm, nimm dir einen Verband. Nimm dir noch einen. So. Ähm, wovor ich richtig Respekt immer noch habe, ist halt diese... Diese mutierte Kräu-Spinne. Ist sie denn gerade irgendwo? Oh Gott, die sind ausgeflogen, oder? Wow. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Guck mal, was hier hängt. Oh Gott. Wow. Alter. Da ist sie. Okay, man hat sie nicht gesehen, ne? Oh nein, wisst ihr was? Mein Respawn-Punkt ist hier. Verdammt. Na gut, okay. Ist aber nicht weiter schlimm. Dann machen wir einfach hier weiter. Oh Mann. So, und zwar, ich habe ja sowieso, ähm, ein bisschen was mitgebracht. So, dann kann das nämlich schon mal arbeiten. Und das ist schon mal fertig gebaut. So, ähm, genau. Dann kann ich noch... Ach Mann, ist das doof, wenn man den Respawn-Punkt nicht verändert, ne? Okay, Dörrgestell. So, Dörrgestell, dafür habe ich auch ein paar Sachen mitgebracht. Ich stelle es jetzt einfach mal, äh, nur hier hin. So, fünf Bombardierkäfer-Dingens. Ne, da ist es. So. Sechs grobe Seile habe ich aber nicht mehr, ne? Ich muss wieder... Naja, ich habe fünf. Das ist schon mal ein Anfang. Kann ich denn noch welche herstellen? Sieht nicht gut aus, nein. Okay. Okay, so, dann Smoothie-Küche. Ähm, ja, ich stelle es jetzt tatsächlich, ne? Ihr wisst schon. So, Eichelkappen. Wie viel brauche ich denn? Eine. Äh, eine. So. Jetzt habe ich wieder vergessen. Vier Sprösslinge. Okay, ich habe zwei hier, aber hier habe ich, glaube ich, auch noch vier Sprösslinge und fünfmal Mahnschleim. Ähm, ich hoffe, ich habe die jetzt auch mitgenommen. Ja. So. Tada. Das hätten wir auch schon mal. Okay. Was wollte ich vielleicht noch bauen? Die Bergbank auf jeden Fall. So, dann brauche ich Sprösslinge nochmal vier. Okay, und drei Grasplatten. Das machen wir gleich. So, dann wollte ich noch große Kisten machen. Zwei Stück an der Zahl sogar. Eins. Ich stelle sie jetzt einfach mal hier hin. Jetzt habe ich nicht genug Saft, oder? Doch. Doch, doch. Müsste hinhauen. So. Aber ich habe keine Kleeblätter mehr. Okay. Ähm. Ach so, ich genau. Eicheschalen. Eicheschalen, die habe ich hier mit. Einmal da hin. Einmal da hin. So, dann brauche ich noch drei Kleeblätter und Gras. Drei Kleeblätter und Gras. Okay. Ähm. Jetzt kann ich meine neue Axt benutzen. Okay. Drei Kleeblätter und Gras. Das ist richtig ungewohnt jetzt mit dieser Axt. Also mit der Optik. Ich nehme mal ein paar mehr mit. Dann war schon mal Farmen, ne? Ich habe doch hier unten auch noch zwei Wollspinnen. Ach, dann mache ich die doch hier. Fällt mir gerade mal so ein. So. Und Gras brauchte ich noch, ne? Wollen wir die hier nehmen? Na, fällt es da auch um. Ja, die kommen alle runter. Sehr gut. So. Dann erstmal die Bergbank bauen. Und den Rest kann ich dann erstmal in den Bohnen verarbeiten. Also hier sieht es aus, als würde ich umziehen, ne? So. Das da rein. Und das da rein. Sehr schön. Dann kann ich den Rest schon mal hier rein machen. So. Den Rest hole ich jetzt. Achso, hier ist ja nicht der Ausgang. Au. Wartet mal. Ach, Mist. Ich habe jetzt nicht genug Eichelschalen dabei. Eine Kappe habe ich noch. Seht ihr? Ich habe nicht an diese Tür gedacht. Aber ist nicht schlimm. So. Alles nicht so wild. Okay. Mein Gott, jetzt sind schon wieder so ziemlich 19 Minuten um. Das geht verdammt schnell hier in diesem Spiel. Ehe man sich versieht, ne? Achso. Genau. In den Boden. Okay. So. Einfach schon mal alles rein machen, was ich habe. So. Genau. Achso, wartet. Habe ich jetzt was zum... Ja, habe ich. Okay. Und dich mache ich... Ach, kann ich ja gar nicht. Ach, wartet. Ich habe doch kein grobes Seil gemacht. Ich muss noch mal ein bisschen was sammeln. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Ich habe das Gefühl, es läuft jetzt wieder. So. Nach einer Menge. Man hat ja auch ab und zu mal in dem Spiel, also so geht es mir jedenfalls, irgendwie so einen Punkt erreicht, wo man denkt, es geht einfach nicht voran. Irgendwie komme ich nicht weiter und wenn man es aber geschafft hat, dann gewisse Dinge herzustellen, wie zum Beispiel jetzt hier meine Termitenachs oder so oder auch mein Ameisenlöwenschwert. Ah, ne, wartet. Münzkeule. Ich habe Münzkeule. Oh Mann, das geht so easy jetzt, ne? Im Grunde. Im Grunde geht das jetzt total easy. Ich muss mich jetzt nur daran gewinnen, dass ich jetzt eine Münzkeule habe. So, sammeln wir mal noch ein bisschen auf. Ja, komm, nimm das auch noch mit. Ne, das kannst du sicherlich auch irgendwann nochmal gebrauchen. So. Hi. Okay. Ich war einfach nicht schnell genug. So, hier noch ein bisschen. Oh, Inventar ist schon voll. Okay, kein Problem. Null Problemo. Wichtig ist, dass ich hier was zu trinken habe. Jetzt brauche ich nicht mehr so Angst haben um mein Wasser. Ist denn da schon was gespawnt? Nein. Achso, genau. Ich muss ja erstmal herstellen, ne? Ich muss ja erstmal die Seile herstellen. Huch. Oh Mann. Stimmt, da war ja was. Ich wollte gerade sagen, warum baust du dich denn nicht? So, mach dich mal da ein. Bist du schon fertig? Genau. Kann ich dich mal essen? Mh, lecker, lecker. Okay, ähm. Ne, die nehme ich mit nach Hause, die Sachen. Das nehme ich. Ach ne, das muss ich auch mitnehmen, weil ich habe ja hier noch kein Spinnrad. So, die Sachen kann ich mal hier lassen. Genauso wie die Seile und die Sprosslinge. So, die nehme ich wie gesagt mit. Seile und Sprosslinge. Achso, hatte ich nicht noch Kiesel irgendwie gesammelt? Oder habe ich die gar nicht erst aufgenommen? Oder habe ich die schon weggepackt? Oh, ich sehe gerade. Ähm. Dass ich ja hier noch, ähm, Essen habe. Was abläuft. Ups. So. Und dann packst du das andere auch noch mal hier hin. Okay, perfekt. Ähm. Genau, die Sprosslinge wollte ich da mit hin tun. Das. Achso, die Steine, genau. Die Steine hatte ich auch schon hier reingepackt. Wo sind denn die jetzt schon wieder? Hier. So. Steine. Alles klar. So, so. Oh. Ich brauche Wasser. Ist da wirklich noch nichts? Nee. Gut. Du brauchst mal zu werden. Nicht so schlimm. Dann trinke ich halt einen Schluck aus meiner Flasche. Ähm. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal hier runter. Aber ich möchte mal versuchen, nur eine erst mal zu erwischen. Wisst ihr, was ich meine? Weil zwei finde ich schon ganz schön heftig. So, ich laufe jetzt mal hier runter. Nur mal so ein Tipp am Rande, ne? Damit man hier nicht durch die heiße Blut laufen muss. Kann man das eigentlich wunderbar hier machen. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt zwei Spinnen auf einmal hinkriege. Das, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde jetzt eine einfach mal abknallen. Oh, die zweite kommt, Leute. Ja. Coole Sache. Oh. Einfach giftet. Kein Problem. Trink mal einen Schluck. Trink noch einen Schluck. Ich liebe Smoothies. So, komm her. Okay, die hat mich auch vergiftet. Oh, wie easy das jetzt geht, Leute. Voll nice. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh, ich, 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 ich muss... Ich bin vergiftet. Okay. Hab ich jetzt den zweiten Perk? Nee, ne? Nee. Eins von drei. Und wie viele habe ich jetzt schon getötet? Vier. Mist. Na gut, aber es war schon mal ein guter Anfang. Auf jeden Fall. Sehr krass. Finde ich voll cool. Finde ich voll cool. So, voller Erfolg, würde ich sagen, für heute. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und, ähm, ja, jetzt kann es losgehen, würde ich sagen. Jetzt bin ich voll dabei. Ab der nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye. Bis dann, ihr Lieben. 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 Vielen Dank.